Right there! I got it! Hallo, guten Morgen! Hallo! Danke fürs Einschalten! Heute ist der 12. Januar 2019. Es ist Samstag. Und wir sind heute wieder nicht so früh losgekommen wie wir wollten. Aber es ist nicht so schlimm wie gestern. Ja, der Plan für heute ist... Also diese Kamera, das wackelt heute alles im Auto. Das war Wackeldackel. Ne, also das erste was wir jetzt heute machen wollen ist Camping World fahren. Camping World ist so eine... wie sagt man das auf Deutsch? Eine Kette! Ja, so eine Kette, wo man Wohnwagen, Wohnanlänger kaufen kann und das ganze Zubehör. Aber es ist nicht unbedingt bei jedem beliebt hier in Amerika der Laden. Der ist auch ziemlich teuer. Aber es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Aber die haben öfter mal Events oder Sales und dann kann man schon mal da reingucken. Und heute, was haben sie heute ihr Lieben? Und heute kann man so ein Rad drehen. Das gibt es in Deutschland auch. Glücksrad. Genau. Und da gibt es eine Popcorn Maschine. Da holen wir heute wieder ein Popcorn. Und vielleicht kann man da auch eine Mahlzeit essen. Oh, ne, glaube ich nicht. Das ist jetzt nicht Burlington, wo wir schon mal waren. Genau. Mal gucken. Auf immer gibt es Popcorn und es gibt Preise zu gewinnen. Und hier gehen wir dann natürlich hin und gucken mal, ob wir Glück haben. Ja, ich bin auf so einer E-Mail-Liste drauf, weil im August hatten wir unsere Mitgliedschaft für Passport America dort abgeschlossen, weil es gab so eine Kombination Good Sam und Passport America. Dann hat man eine längere Mitgliedschaft für den gleichen Preis bekommen. Und in dem Zuge habe ich mich dann auf eine E-Mail-Liste draufsetzen lassen. Und ich kriege dann immer E-Mails von Camping World, was gerade los ist. Und heute und gestern ist praktisch dieses, kommt her, dreht am Glücksrad, holt euch Popcorn umsonst. Dann haben wir gedacht, da fahren wir mal eben vorbei. Genau. So, das ist jetzt aber nicht das einzige, was wir machen. Danach fahren wir zum Blue Springs State Park. Hier in Florida sind ganz viele natürliche Quellen, die sehr schön sind. Sehr schönes, klares Wasser haben, grün-blau und ja, wo man viel machen kann. Und wir haben uns jetzt Blue Springs ausgesucht, weil da auch die Manatees Stationen machen im Winter. Weil die nur in Gewässern sich aufhalten, die über 68 Fahrenheit warm sind. Was ist das in Celsius? Also ungefähr 20 Grad. Und diese natürlichen Quellen, die sind immer über 20 Grad warm. Das heißt, wenn das Meerwasser zu kalt wird für die Manatees, kommen sie halt ins Inland zu diesen Quellen hin und halten sich da auf. Und bei dieser bestimmten Quelle, da sind fast über 500 Tiere, die sich regelmäßig dort in den Wintermonaten aufhalten und die man sich dann anschauen kann. Genau. Und falls ihr nicht wisst, dass die Manatees sind, das sind Seekühle. Genau. Danke, Amy. Ich muss sagen, erstmal holen wir uns ein. Kann jeder sich ein Popcorn holen? Ja. Wir gucken mal, wie groß die Tüten sind, ne? Ja! Na ja, auf jeden Fall kann man dort auch spazieren gehen und wandern. Die haben wohl, ja, Wanderwege und deswegen haben wir uns dafür entschieden. So, und dann gucken wir mal, wie spät das ist, wenn wir dort fertig sind. Vielleicht haben wir noch Zeit zum Strand zu fahren, mal schauen. Smöna Beach ist auch nicht so weit weg. Und das lassen wir noch offen, ob wir das schaffen oder nicht. Mal sehen. Genau. Seid gespannt. Wir sind's auch. Wir sind jetzt hier bei Camping World angekommen. So sieht das Zeichen aus, wenn ihr eins mal suchen sollt. Und die haben immer eine riesengroße US-Flagge vorne vor hängen. Und es sieht recht voll aus. Also, wollen wir mal gucken, was uns gleich drin erwartet. Fahne. Ich hoffe, ich krieg einen Taschenwärmer. Och, ich auch. Anstehen fürs Glücksrad. Wir blockieren wieder den ganzen Weg. Hier sind die Schlange. Hier seid die Schlange. Genau. Na, stell dich an. Geh in die Schlange. Bevor die nächsten alten Leute kommen. Ich stell mich auch jetzt an. Und Eli, wie ist das Popcorn? Gut. Und ich bin Handwärmer. Ja, hast du gesehen. Ist das, was ich teilt halte. Und das muss ich spiegeln. Wir sind jetzt fertig mit unserem Camping World Trip. Unsere Camping World Erfahrung hier. Und wir müssen sagen, wie war das Popcorn? Gut. Lecker. Also ich kann nicht so viel salziges essen bei irgendwas. Ja. Amerika ist das Popcorn halt salzig, nicht süß. Und wir haben neben den Dingen, die umsonst waren, auch noch ein paar sehr gute Deals gemacht. Wir haben was eingekauft. Und irgendwie hat eine Flasche gekauft. Also das ist halt diese Flasche, die man hier aufschraubt und dann das Ding hier abschraubt. Und dann tut man da Früchte rein. Dann tut man in die Flasche Wasser. Und normalerweise kostet die hier bei Camping World 10 Dollar. Also in Deutschland sind die, glaub ich, noch mehr. Und dann war die schon auf 6,91 reduziert. Aber dann haben wir noch mal, weil wir Camping Mitglieder sind, 75 Prozent runterbekommen. Und insgesamt kostet es sich dann nur 98 Cent. Fast ein Dollar. Ja, und was haben wir noch gekriegt? Also das erste, was wir gefunden haben und gekauft haben, war eine Regenjacke für Edis. Das ist ein Kuscheltierhund, wenn er das Weihnachten bekommen hat. Da hat man dann besprochen, dass er nach Weihnachten was zum Anziehen aussuchen darf für sein Hund. Ja, und der rennt so oft im Regen draußen rum, es macht Sinn, eine Regenjacke für ihn zu haben. Genau, der war ständig nass. Nein, aber die war irgendwie 2,33. Und ich dachte, ach, das ist okay. So, dann haben wir die bezahlt und haben dann einmal gesehen, dass sie nur 63 Cent kostete. 63 Cent. Und dann dachte die Kassiererin, ja, das ist alles nochmal 75 Prozent runtergewetzt. Das war sowieso schon runtergewetzt. Und dann haben wir gedacht, na, dann gucken wir doch mal gleich, was da noch so ist. Und dann haben wir für den Hund noch ein Heizband gefunden, in der perfekten Farbe, weil Edi rot liebt. Und das war 30 Cent. Dann haben wir, achso, Emmis Flasche haben wir dann gefunden. Und dann noch Putzmittel fürs Auto und für den RV. Die haben jeweils noch 70 Cent gekostet. Und wir haben noch Glühbirnen gefunden. Das sind so spezielle LED-Glühbirnen für den Wohnwagen. Für die, ähm, nach dem Wohnzimmer. Die Lampen kosten regulär 15 Dollar 91 Cent. Wir haben jetzt mit unserem Good Sam Discount lediglich 1 Dollar bezahlt. Achso, ich möchte mal was sagen. Ja, 1,23, also Dollar. Die hatten da noch so Flaschen aus Metall, die voll cool aussahen. Aber da stand halt nicht raus, auch so was zusammen. Und diese Flasche hier ist sogar BPA-frei. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, also... Du siehst sogar in Blau. So, mach meine Beine, werden ganz klein. Ja, ich mach jetzt das Sonnendach zu. Wir müssen auch weiter. Wagen mit den Orangen. Guck mal. Wow. Das ist echt schön hier, weil hier so viele Orangen-Plantagen sind. Und auch Mandarinen-Plantagen. Und was dann? Man kann die selber pflücken. Genau, nicht überall, ne? Aber es gibt Ställe, wo man die selber pflücken kann. Ich glaube, das machen wir nächste Woche dann. Ja! Ja, pro Tag! Aber willst du das beeilen? Die fangen wir schon an, selber zu pflücken. Die ernten mehrmals im Jahr. Okay, das ist hier die Schlange, die gerade ansteht, um in den State Park zu kommen. Ja, nach langem Warten haben wir es endlich in den Park geschafft. Gute ist, zwei bis acht Personen in einem Auto kostet nur 6 Dollar. Und heute ist bis 18 Uhr offen. Wir haben jetzt gute vier Stunden, wenn wir wollen, wenn wir hier bleiben. Ja, stimmt, da hinten die Kajaks. Kann man hier mieten, wenn man möchte. Das ist jetzt nicht wenig los, aber es ist auch nicht übermäßig viel. Wir wollen jetzt mit einem Kajak fahren, denn wir haben gedacht, wo wir schon mal da sind, und man hier Kajaks mieten kann, probieren wir das auch mal aus. Wir haben Kajaks, wo drei, ja gesagt Kanus, wo drei Leute reinpassen. Und da werden wir uns jetzt zwei von mieten für eine Stunde und mal gucken, wie nah wir denn an die Manatees rankommen. Die da! Es geht los! Gleich rammen die uns, okay. Jakob, mach mal vorne ein bisschen weiter, dass wir nicht das Boot zusteuern. Die Asker erwarten alle einen Baum auf uns. Die warten, gucken, ob wir überleben oder nicht. Mami muss hinten lenken, du musst da nicht paddeln, du machst nur das Paddel rein. Ruhig bleiben. Okay, wo sind jetzt die Alligatoren? Ah, ich will keine Sinn. Komm an, Emi, smile! Komm an, Emi, smile! Eddie, du musst auch jetzt mal paddeln. Ja, gleich, ich filme gerade. Auf der Seite, da ist ein Krokodil. Ein Alligator! Da ist ein Alligator, auf der Seite von uns. Auf der Seite! Kannst du den Schnaut und die Augen sehen? Ich glaube, das ist ein Alligator. Auf der Seite. Nein, es ist weiter da, Emi. Es ist da, Emi. Es ist da. Emi. Ich weiß nicht, wie du das zum Zoom in mit. Ich weiß einfach, wie du das zum Zoom in mit. Es ist da. Wo ist es da? Es ist da! Da ist es. Ich habe es da! Da ist es. Emi ist. Emi ist... Emi ist gerade ein Wiet. Emi ist, ich habe es. Emi ist gerade aufgerichtet. Es ist gerade da. Emi ist gerade ein Wettbewerblich. Kannst du es, Emi? Ja. Vielleicht muss ich ein paar Wettbewerblich. Emi? Nein! Ich meine, es ist nicht neben uns. Es geht jetzt unter Wasser. Nein, es ist weit über da, Emi. Es ist weit über da. Ich weiß nicht, wie ich es mit dem Zoom. Es ist da! Wo ist es jetzt? Es ist da! Ich habe es! Emi ist... Emi ist mir worried. Es sitzt da. Kannst du es sehen, Emi? Vielleicht sollten wir ein bisschen weg gehen. Ich meine, es ist nicht neben uns. Es geht jetzt unter Wasser. Guck mal, die kommen jetzt her, Eli. Eli, guck mal, die kommen her. Oh, guck mal! Daddy, hier! Baby! Baby! Baby, so cute! Oh! So? 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 Oh! Wow! Wow! Die Manatees sind hier genau unter uns. Echt? Sind jetzt alle unter uns? Ja, die schwimmen hier rum. Wo sind die denn? Guck dir das mal an. Ist das der da? Ja! Ja! So, super! Siehst du das? Oh, jetzt tauchen sie unter uns durch. Oh! Und jetzt warte ich jetzt so. Guck mal, jetzt sind sie auch derzeit. Das ist ganz viele. Wow! Oh! Rauppig! Wow! Keine Ahnung kommt jetzt schlaust durch. Ja! Ich glaube, einer kommt daneben. Wo waren die bei euch? Und dann geht's uns. 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 So cool. Oh! Oh! There it is! That is so cute. Vietnam. Ja! But there it's a big one. Oh! There's another one. Two! Wow! Oh! 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 Ja! Oh! Jetzt hat er geradeosse! Oh! Oh, da. Jetzt hat er gerade gepustet. Oh! Also das war echt super! Also das kann man nur sagen. Das war definitiv die 28 Dollar wert. Pro Stunde 14 Dollar. In Oldenburg, wenn man mit einem Tretboot fährt, gibt man ja schon so viel aus. Hat Jakob auch bemerkt. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sich echt gelohnt. Würde ich sofort wieder machen. Und die Tiere sind so toll. Die sind so, die gleiten hier so ganz sanft durchs Wasser und schwimmen auch zu einem hin. Also die haben ja keine Angst, sondern wenn man da still steht oder sich ruhig verhält, die kommen zu einem her und schwimmen unter einem durch. Der eine hat sogar das Kajak von dem anderen Mann, der neben uns war, hat ihn angeschubst. Das schubst mich hier. Aber man darf die Tiere nicht anfassen. Das ist 2500 Dollar Strafe, wenn man das macht. Und man darf auch nicht unter Wasser irgendwelche Aufnahmen machen. Also man soll Hände aus dem Wasser, Paddel aus dem Wasser und dann einfach sich treiben lassen. Ja, einer. Der hat aber sein Handy nicht fassen können. Ich weiß. Das habe ich auch gesehen. Das mit Wasserdichte GoPro oder sowas. Nein, aber war echt toll. Wir haben es nicht gemacht. Und wir haben sogar ein Krokodil gesehen, Linus und ich. Ich nicht. Ich habe es nicht gesehen, weil die Sonne hat geblendet. Ich habe es aufgenommen. Ich hoffe, dass der Zoom das nicht zu undeutlich gemacht hat, dass es funktioniert hat. Zoom. Deshalb. Ja. Wollen wir noch ein bisschen rumlaufen und gucken? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020